Sehr gut. Servus. Hallo? Dann hier... Ach, jetzt wird's warm. Okay. Ich mach immer freiwillig, weil für solche Nummer brauchst du Leute, die extrovertiert sind, die Gas geben. Du machst freiwillig? Ja, dann komm. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Ja, ja. Sonst darf man heute Abend nicht ran. Das ist doch völlig... das ist Tugmittel. So, hallo. Du bist der? Asher. Also U-S-H-E-R, oder? Ah, mit der A. Okay, ja. Du bist der? Alex. Der Alex. Wow. Ähm... Sonne wäre aber nicht schlecht. So, aber... Ich hab gedacht, ich kann durchgucken. Nein, super Frisur, super Outfit. Also auch, ich weiß, passt. Du kennst mich. Ja, natürlich kann ich, aber... Egal. Okay. Wir machen folgendes. Ihr dürft euch, ich gebe euch das gar nicht vor, ihr dürft euch euer Lieblingstier aussuchen. Was ist dein Lieblingstier? Delfin. Oh, das ist so lustig. Okay. Das ist so lustig. Du wirst schon was jetzt kommen, dass ein Delfin... könnte sehr lustig werden. Du bist der? Nee, ich bin... Boah, ich hab wieder diese Nacht echt mir nicht geschlafen. Was ist dein Lieblingstier? Hund. Hund? Und bei dir? Tiger. Tiger. Okay. Also, pass auf. Und diesmal zu gewinnen, müsst ihr echt Gas geben. Du bist ja also ein Delfin. Ja? Nee, 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 nee. Du bist ein Delfin. Erstmal wir starten ganz, ganz smooth. Klink mal wie ein Delfin. Mach mal ein Delfingeräusch. Das ist ja gar nicht schlecht nochmal. Geil. Klink wie so ein, äh, auf Basar so ein Gemüsehänder. Trau mit zwei Kilo. Sehr gerne. Auch sehr gerne. Okay, so klackst du ein bisschen nach Delfin. Okay, jetzt dein Geräusch. Alter, du gehst aber voll aus dir raus, ey. Das ist... Zum Glück haben wir da nicht mehr. So, jetzt geht los. Ja? Boah, es wird als ob mir nicht schon warm genug wär, weißt du? Okay, nee, was hattest du nochmal gemacht? Dein Tiger? Tiger. Tiger. Komm, mach mal den Tiger. Arrrr. Alter. Okay, okay, pass auf. Jetzt der Delfin. Den Delfin, also das Geräusch, das Geräusch, was du gerade gemacht hast. Aber jetzt der Delfin beim Sex. Mit Gefühl. Komm, Ascha, leg los. Ne? Du hast ja gerade dieses Geräusch gemacht vom Delfin. Beim Sex. Das... Da mag der Großen. Also, Mensch. Okay. Lass, lass mir gelb. Jetzt, äh, dein Typ beim Sex. Und jetzt mal bisschen, komm ein bisschen aus dir raus. Es geht um diesen Ball. Buff, 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 buff. Kam beim dritten Mal, oder was? Okay, das ist... Du gibst dir jetzt mal Mühe, ja? Okay. Beim Sex. Der Löwe. Tiger. Tiger. Er hat doch alle gesoffen, ey. Das ist...